Für Sie tun wir alles. Für Sie tun wir alles. Ich lass mich gerne mal bedienen. Danke. Bitte. Sie müssen mir glauben, es waren meine Gespenster. Halten Sie mal. Hallo. Meldet euch mal. Kucka, Kucka, tut die Schütterin die Futschi. Was heißt das Futschi? Der Schmuck kann doch nicht Futschi sein. Doch, ist toll. Jeden Moment kann die Polizei hier sein. Wenn Sie den Schmuck genommen haben, dann geben Sie ihn her. Ich sage einfach, ich habe ihn gefunden. Jetzt haben Sie zum ersten Mal in Martin zu mir gesagt. Und das zu einem notorischen Schwerverbrecher. Siehste, du musst sofort mit mir nach Bonn kommen. Die Kleine sitzt deineswegen im Gefängnis. Und was kriege ich dafür? Hast du ein bisschen erotiert? Ach, enorm. Ich bin die Katrin Apfelberg. Geboren? 1799. Es gibt hier keine Gespenster. Es gibt hier. Untertitelung des ZDF, 2020